ich hätte doch nicht gewonnen warum hätte ich gewonnen du hättest einfach so drei karten loswerden können per telefonat das weiß ich doch nicht wie noch mal er konnte sich dazwischen legen ja das geht das ist ja frech lege ein bis drei zu fliegekarten das ist doch mega die telefonate ist ja nervig ja es ist es ist zu stark bin ich also wenn du da hier bis sechs karten loswerden kannst das ist schon heftig kostet aber es kostet aber auch zwei ich bin nicht rechts auf dem monitor immer noch staut die offen also bei mir also das stimmt verstehen ich habe dich auch auf aber ich habe nicht im locker auf dem selben monitor gerade spieler als ich hab dich im hintergrund auf habe ich ihn sowieso aber ja wahrscheinlich ähnlich ja ich auch aber ich hatte sein tap gerade im vordergrund dabei aber was sollen das jetzt das finde ich aber nicht ich habe nicht mal eine karte spielen wenn ich ziel jeder hat 200 das ist sehr groß für mich nicht schön was willst du haben ja jetzt kann man machen man kann man kann die aussetzungen ja nicht kontern nein ich kenne das so dass du dass du das abwehren kannst mit einer weiteren kontakt mit einer weiteren aussetzungen ja wie kann man so dreckig spielen tun wir klauen immer eine gute wahl rot oh man ich kann mal was legen ich kann mal was legen ja tun willst du spielen das ist eh vorbei nur weil er hat gewonnen ach so weil er wieder diesen mist da legen kann wenn er telefoniert wäre ja dumm wenn ich wenn er mir schon so viel geld klaut man muss halt sagen nur und steht mich echt gerne in diesem spiel ich sehe das problem nicht also karten rein ich sehe jetzt das problem nicht ich nehme von ihr das geld und ich gebe die ganz viele karten eine vier eine vier eine zwei oh mein gott eine plus zwei nein es ist eine fünf wer hätte es gedacht aber jetzt kommt natürlich die drei ja leck mich doch am arsch aber nein alle neune moment mal was recht nicht gestanden auch das ist ja langweilig hier lang mal in der willst du noch mal kannst wieder telefonieren eigentlich nicht so doof das spiel mit euch anderen modus wechseln ich bin ich finde das irgendwie so alles gut ich will nur meinen senst dazu geben dass ich diesen modus merkwürdig finde den modus markt überhaupt nicht deswegen nehmen wir den welchen mag ich nicht den strategie spielmodus den mit dem mit der münze wenn man nicht ganz normal ist den mag ich aber ich bin jetzt trotzdem was was spielen wir ich habe eine einladung geschickt das dauert die ist auch da lamalina bist du morgen eigentlich dabei bei ja ich habe auch schon auf jahr gedrückt tun falls du kannst ja kann ich muss damit jetzt nur den raum ich hatte das doch gerade nicht vor mir offen aber ja ich bin dabei sehr gut noch nicht mehr die leute zugesagt das bin ich ein bisschen schade aber ich glaube ich hätte euch auf stream spielen weil ich nicht weiß mich natürlich fragen müsste weil sie jetzt mal was musst du nicht was gibt es jetzt hier für besonderheiten es gibt 50 50 münze das ist alles ich bin freitag nämlich nicht dabei gibt eine 50 50 münze ja dann musst du entweder vier ziehen oder eben nicht also du darfst auswählen zwischen wen genau das und jetzt sagt zwei leute auswählen der eine muss ziehen der andere nicht wer ziehen muss genau 50 50 50 50 ja nein schade aber das ist eine plus vier sogar ja ja aber er darf jetzt noch liegen also das war nicht so dass da jetzt nicht dran wäre oder so eigentlich nicht aber ich kann tatsächlich rot bedienen doch schön aber rot wollte hier eigentlich keiner das finde ich jetzt gar nicht gut deswegen darf ich auch nicht noch mal ich zieh mal ein bisschen nicht mehr so fein ich wusste nur wer das tun ich will ich mir wieder dann schöne karten drin ja deswegen sind sie auch meine könnt ihr mal mein eigentum respektieren auch jetzt kriege ich hier auch noch eine plus zwei reingedrückt natürlich 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 will ich nicht erst erst mal ein paar lebt kuchen herzen ich bin ich gut er hat keine plus zwei sagen bis so ja wie unhöflich und jetzt tun gibt mir meine karten wieder man da habe ich viele gute karten zusammen und dann Du bist doch Kacke! Danke, du auch. Jetzt geht das auch noch auf gelb hier. Hey! Was soll denn das? Damit bin ich jetzt auch nicht glücklich. Komm, leg die Schwarze! Oh, Leute! Das ist wenigstens mal gut. Wir sind alle froh, wenn Nuralon 10.000 Karten auf der anderen Seite hat. Ja, was soll denn das denn für eine Scheiße? Warum rot? Es hat keinen rot. Ich möchte aber bitte grün. Grün ist in Ordnung. Nee. Ja, gar nicht cool. Doch, doch. Guck mal, die Farbe ist viel, viel schöner tun. Ja, sehe ich auch so. Gelb ist schön. Ich hätte aber gerne grün. Beleg mal was, dass ich bitte Farbe wechseln kann. Ja, guck mal. Doch. Guck mal. Hier ist Gaudi. Ich hab gehört, du willst die Farbe. Oh Gott. Zack, da ist die Apfel. Mann, warum denn eine 3? Schöne 3. Schöne 3. Schöne rote 3. Wieso bin ich denn jetzt schon wieder dran? Rote 3. Nein, Nuralon hat es schon gelegt. Dann bin ich automatisch ich dran, das ist ja frech. Ja. Nein, nicht automatisch, sondern der nach Nuralon. Wenn Nuralon... Ja, 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 meine ich habe. Oh, wir würden mit einer 2. Voll. Oh, ernsthaft, schon wieder gelb? Ja, gelb. Wir wollen alle gelb. Ich nicht. Es gibt hier keine der Knie des Wild. Es ist mir doch egal, ob du gelb findest oder nicht. Hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Ach, Mann, mach doch keine 4. Ich muss ja eine plus 4 machen. Und du schon wieder mit deinem Kackgrün. Was denn? Es gibt grün. Aber welche reindrücken, die hat auch zwei Karten. Ja, machen wir. Gar kein Thema, kann ich machen. Guck mal, hier, ne? Einfach mal auf grün spielen, ist doch alles fein. Jetzt kommst du schon wieder mit rot an, ey. Nee, ich hasse es nicht. Wir wollen alle rot haben. Nein, ich nicht. Ja, jetzt ist mir doch egal. Ist mir doch egal. Ist mir doch egal. Blau oder rot, eins von beiden. Aber du kannst halt hier irgendwo hin und das hinwechseln, ey. Ach, come on. Muss denn sowas immer wieder sein, Scouty. Ach, wieso hast du denn keine plus 2? Ja, muss doch nicht die denn her haben. Ja, keine haben, du ziehst doch dauernd Karten. Ja, dann singe. Nein. Mann, geht doch. Was ist denn das für ein Blatt, Nura? Was soll ich denn da mit anfangen? Ich meine Schuld, die hat mir irgendwas reingedrückt. Alter. Mein Blatt ist okay. Du hast nur kein Rot, das ist das Problem. Geiles Blatt. Ich bin gar nicht cool. Warum das denn nicht? Gelb? Ja. Warum denn Gelb? Weil er nur Gelb und Roten hat. Ne, weil er nur Gelb und Roten hat. Deswegen. Ach, seid doch alle still. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Huee! Ach, Mann, ey. auch wieso kommst du denn jetzt mit grün ich habe doch nicht mal meine karten die feuer hatte danke naja er hat noch eine für zwei glaube ich scheiße ich wünschte du hast mir zu wenig karten muss man ein bisschen ziehen ich habe zu wenig karten ja du hast zu wenig karten weil du so wenig karten hast wie wäre es wenn du einfach nochmals spielst ich habe doch gerade meine gelben karten rausgespielt kann noch mal wer bitte die richtung ändern scheiße da eine schlimmes dass du noch irgendwie so eine plus vier aufgaben hast oder so naja natürlich dass wir ich habe nur plus vier noch werden so kennt man mich lamalina macht doch noch mal nee warum machst du jetzt sowas ja warum denn nicht das ist doch nicht okay ich finde das sehr okay lamalina scheinbar auch ich auch ich will meine karten wiederholt ich will die wieder nein 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 warum das denn jetzt warum hat scouti jetzt diese guten karten mann wir müssen bekommen wieder sagt derjenige und liegt dazwischen ja ich glaube die hat gewonnen er hat gewonnen ich weiß was auf der hand hat das finde ich gar nicht so frech nur und kann ja gleich noch mal versuchen zu ziehen in der hoffnung dass seine plus zwei plus kriegt oha ich ahne schlimmes gibt die nur london mit erge notfalls die tun nein du hättest das vier ziehen können was weniger karten auf der hand und er hat auch gewonnen und er hat auch gewonnen oh nein gut gemacht grün 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 ok ach so bei den scheiß darf man ja nicht dazwischen legen ich erinnere mich hallo hallo immer auf mich nicht passt es nicht ich bin das ist schon wieder das ist das ist das ist das ist das ist das ist das muss ich auch mal haben das wird wieso denn blau warum denn nicht blau wie kommst du denn jetzt auf blau ist das euer scheiß ernst ich meine es kann ja nicht schon wieder passieren dass schon wieder uno kommt das wäre echt lächerlich hurra hurra das spiel dauert länger du hast nicht gewinnen wirklich nicht bist du ganz sicher dass du rot willst ich will eigentlich kein roh guck mal tun ja was glaube ich auch die habe ich auch schön ich habe hier ein blau oh danke ich habe hier ein grün ah widerlich jetzt muss ich ja eine neun drauflegen alle neune dann kommt ich mit nacht um die ecke im blick eine sieben ich habe hier noch so eine zwei die habe ich nicht schön ziehen jawohl ich habe eine zwei juhu das ist doch eine schöne zwei das gefällt mir nicht warum machst du denn sowas was soll ich denn damit jetzt die richtung wechseln muss man wechseln ja dann gib mir mal mein blatt wieder ich glaube das war ok darf ich auch nochmal darf ich auch nochmal auch nochmal haben willst du gar nicht haben das blatt klar ich weiß ich kenne das blatt zwar ja meins ich muss es trotzdem haben das war ja meist bevor es ist ich habe mir die appen geilsten karten und ihre ok ne ne wollen wir nicht das ist fein für mich abgelehnt deine karten tun abgelehnt dir wird gar nichts abgelehnt doch deine karten nö meine karten sind super so jetzt legt was vernünftig ist ja willst du auch nochmal einen ballon ja willst du auch nochmal wieder ja mach mal ja jetzt habt ihr aber die farbe gewechselt das ist nicht nett ich habe damit kein problem ich schon ach nee das finde ich jetzt nicht okay weil ich jetzt ziehen muss das ist ja nicht mein problem finde ich jetzt nicht okay finde ich okay ja warum denn nicht rot vielleicht weil ich rot auf der hand habe ja ich auch dann 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 neuer gegenstand freigeschaltet nice warum 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 ich hasse dich bitte ey ey es ist in ordnung leute in uno zu hassen ja da hast du dich in mario kart da hast du dich in mario kart das ist möglich gezogen und ja genau die ja die man schluss trinken ich hab krank mir nicht nicht ja das ist nicht mein problem muss ich bei tun also wenn das jetzt wir haben ich auch noch nö der wubbel wubbel manja wubbel manfragen was hast du dass du auf dem wobbeligen wobbelball halt sitzt ja vielleicht wollte ich aber gar nicht auf dem wobbeligen wobbel sitzen warum überspringt die milch hast du noch ja ja auch kommen jetzt habe ich käse aufwand ja so ist essen mitmachen oder so wie kann man keine pizza mögen wir wollen auch noch mitspielen das finde ich jetzt nicht okay ich zieh mal ein bisschen 50 50 welche farbe darf sein das gute geld das kannst du haben von mir den mir jetzt den käse wieder einfach verdient noch ziehkäse im kirchschrank mir das noch mal hä wieso denn jetzt gelb jetzt wirft auch noch dazwischen jetzt hast du keine 1337 auf der hand blau 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 blüht ja blau ist temporär ok das scheiße muss ja schon wieder wechseln ein nein nein hier kommen macht du mal bitte hatte das glatt oder was meins meins war schon sehr gut aber ich muss halt wechseln ich vergesse dauernd dass man bei der bei der 7 tauschen muss und hätte die auch gerade nicht gespielt das war ein sehr spätes interessiert doch gar nicht das ist ja frech ich würde erst mal bei roben bleiben du musst es doch sowieso dass ich grün habe 50 du wolltest ja die kraft sind auch hier aber geld warum wenn geld verstehe ich nicht mach mal nur noch mal scheiße welche welche zu warten ich sag nix wenn du nix sagst ist es aber ein bisschen arbeitslos gott ich könnte mal was gutes alles gegen tun das ist ja frech du bist so dreckig nur mal einmal freundlich in deinem leben ja nicht zu dir nicht zu dir ja das habe ich auch schon gemerkt nur ralon hast mich das ist jetzt ein böses wort natürlich jetzt wollen nicht so sagen ich ärgern nur leute die wir gerne mögen stimmt ja ja bestimmt ihr warte mal warum ärgert er mich so wenig ich merke schon hier kannst du damit direkt weitermachen mit vollgeist nähe mit meinem blatt kann nur weitermachen also vollgeist mich auch mal wieder ein bisschen öfter machen was geht ab ich sogar noch was böses ein schönes weihnachtsfest also bei mir bei sich ich habe die ganze kündigt zu ende des jahres sind ich glaube das ist der letzte stream für dieses jahr ich habe angst ich muss ja überlegen ich finde rot ist gut es wird nach der lobby eine neue lobby aufmachen warum denn jetzt die kacke jetzt bin ich ja dran umso besser danke dass du vorgezogen hast die aufbrunnen feiertag und so ich habe mir schon immer karten gewünscht freund und frohe weihnachten karten waren schon immer das was ich mir immer gewünscht habe ich nehme das was ich mir immer gewünscht habe ich mir immer gewünscht habe ich gehört kein kommentar okay dann ich glaube mal die noch muss ziehen richtig gelaufen musste gespielt werden dir was gutes tut waren ja keine ahnung irgendwann mal es war ein witz du willst mir doch auch immer was gutes tun mit dem sport was hältst du lieber grün oder egal er wollte es ja nämlich aber so funktioniert die welt leider nicht ich fühle mich in diesem spiel immer das ist gut jetzt bin ich wieder hier der gearschte doch von anfang an gesagt ich bin hier der gearschte so frech ach so ich muss auch noch eine farbe wählen wie wärst du mit gelb ganz schlecht idee gelb ist gut wie war es mit einer neuen musst du ziehen bei gelb das ist aber schade ich will grün aber gesehen von dir will kein anderer grün ist mir egal schon wieder das ding jetzt geht es wieder auf gelb ich muss mich ziehen ich muss mich ziehen oh no oh no oh no es ist so frech wie viel glück dir hat ja das ist wirklich so ich habe ohne beschworen und gesagt hier nimm mal das ne nimm mal Geld nimm mal all mein Geld von den ganzen DLCs und gib mir mal immer gar keine Karten tun ich vertraue dir ne danke nein wieso warum das finde ich jetzt nicht okay du hast mir das Leben gerettet tatsächlich wieso hast du denn keine plus zwei auf der Hand ja wo soll ich denn eine plus zwei her ja keine Ahnung normalerweise hat man doch eine plus zwei auf der Hand ja wenn man eine plus zwei auf der Hand hat hat man eine plus zwei auf der Hand und warum ist dann stream schon wieder im Vordergrund bei mir auf der rechten Seite das weiß ich doch nicht was du da tust stream sniper ey was ist das blau ja kann ich bedienen ähm entschuldige das ist eigentlich ah immer noch blau ich wollte eigentlich sagen eigentlich ist das jetzt gelb aber oh Gott oh Gott ey nicht okay das finde ich schon okay wenn man bedenkt was du für Karten auf der Hand hast dann ist das schon sehr okay scheiß Karten guck mal tun guck mal tun das waren super Karten ja die hatte ich die ganze Zeit hätte mir meine eigene plus vier gegeben ey Lamalina ist so bösartig das ist jetzt meine meins meins alles meins mach doch nochmal mach doch nicht nochmal mach doch nicht nochmal ich kann wie wärs wenn du diesmal aussetzt hast genug gemacht gar nicht cool Day ey naja ja ja scheiß ja 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 kann man sich selber nehmen okay man kann ja auch durchaus mal sinn machen was hast du für eine verrückte farbe als wunsch und finde ich nicht so gut wie du denkst ich glaube lamalina findet das auch nicht so geil scheißegal hey tun darfst du noch mal na danke holt sich die karten zurück achtet mich natürlich das heißt sie natürlich also das sind gute karten bitte blau schon doch kann ich siehst du sehr gut gut gemacht ja gerne das finde ich jetzt nicht okay ja oft aber ich habe ja ich habe jetzt nur acht karten hat der freundin 60 wahrscheinlich ist das dein ernst ist das dein ernster das gibt es ja gar nicht das finde ich jetzt auch nicht okay hast du ja jetzt hast du so wenig karten ja ist doch okay lamalina weniger kann noch jetzt spielt der eine rote karte ich hatte es nicht ich will meine karten wieder ich will meine karten wieder was wie du was ist gerade passiert hat nicht uno gesagt oh man oh man was ist das denn für eine hand was ist das denn im guten oder schlechten sinne ich kommentiere das nicht damit kann ich nichts anfangen ich hatte vorher auch gehabt also mal mal ganz aus interesse angenommen die 0 ist die letzte karte die man legt wird dann trotzdem noch damit okay okay man warum denn blau blau finde ich jetzt tatsächlich echt nicht so geil aber blau ist wunderschön weg mit blau dürfen wir nie wieder hin aber immerhin kann er nicht nicht setzen das ist aber nicht endet findest du und das wäre das finde ich jetzt nicht sehr nett ich hoffe mal er hat keine fünf ich habe keine fünf auch leute ich spiele gar nicht mehr mit ja heute ist so etwa auch mitspielen hier mit dem mit spiel noch dachte jetzt spielen und scouting ich glaube ich habe da was falsch verstanden verrückt jetzt kann keiner mehr mein erster sieg des abends aber wollen wir noch keinen runden sieg nee noch nicht noch nicht wir müssen auf 200 kommen und schau die hat 69 ich behalte ich auch ach so ich bin dran direkt unter stress hier ja was soll denn das jetzt schon wieder du kannst auch e plus 2 drauflegen hast du mein stream schon wieder offen oder was ich bin jetzt gar nicht net ok kann ich aber wieder sagen ey wunderschön jetzt wird es mir so langsam recht wenn wir die richtung drehen ja warum man da keine plus 4 drauflegen kann finde ich ein bisschen kacke verständlich oh oh können wir die richtung beibehalten das ist mir nicht so recht wieso nimmst du denn jetzt rot weil rot schön ist guck mal das finde ich nicht ok oh ja grün ist auch nicht toll das finde ich überhaupt toll gar nichts das finde ich nicht so toll rot ist toll rot finde ich gar nicht toll verstehe ich nicht warum findest du rot nicht toll du hast doch rot auf der hand nein tatsächlich nie rot jetzt nicht mehr die 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 das die ciliation das das war دم jSU gesagt gesagt wie wenig zeit hat man denn da um auf klicken erst auf klicken dann die karte ablegen das ist doch bescheuert bin ich hab gar nicht nett jetzt immer die da unhöflich ist ja meine alten glaube ich noch oder ich weiß es nicht nicht mehr sollen das jetzt bin ich nicht okay jetzt habe ich diese kritze schon wieder ja durchaus wer hat denn bitte gott keiner oh man ey oh man ey nein okay sind wir bei grün farben ändern sich am laufenden band ok jetzt bist du bekloppt lavalina ist gar nicht glücklich darüber na ich befürchte doch ich befürchte das geht auf mich zurück doch nicht sehr leise mein beileid ich hab jetzt nur kein geld mehr das ist das problem das finde ich nicht okay ich auch nicht aber was willst du machen was willst du tun ich finde es gut muss ich nicht ziehen jetzt muss ich nicht mehr was willst du tun phantom aber das ist mir doch egal wenn du ziehen musst sofern ich nicht ziehen muss muss ich schon wieder aussetzen warum muss ich so oft aussetzen ja warum denn nicht weiß ich nicht einfach zu langsam bist ach ich bin ja dran ja ich habe nicht genau weiß aber pünktlich ist aber ja ich habe ferien ich werde glücklich sein wenn ich dran denken blau 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 ach warum brauchst du denn meine karten weil er sich seine karten zurückgehofft gibt mir meine karten zurück damit du noch mal dran sein kannst er hat halt genau das geplant das hat sich auch geplant hatte ich das nur wollte ich das ja auch mal gucken was ihr da so habt obwohl hat jemand plus zwei doch du tun nein irgendwer hat ein plus zwei und was du sie ja gut ungünstig ich wollte eigentlich denken dass du mehr ziehen musst egal ich habe bestimmt nicht das schlechteste blatt gerade auf der doch bestimmt kein blau mehr auf der hand oder ich bin so schlecht was irgendwie auf jeden fall ich weiß eine blau auf jeden fall dass das kann sein kann sie dir legen was ist denn falsch mit dir noch du bist jetzt habe ich wenigstens lässt mich hier wenigstens mitspielen so muss ich nicht ziehen vielen dank und wie sieht das aus sie muss immer noch nicht ziehen ja was willst du tun was willst du tun oh no und sie macht jetzt auch uno bist du zufrieden oh no oder dazwischen oh das war bitter so was unhöflich ist und wir müssen noch eine runde weil nur 87 punkte im rennen waren wie wir machen sich die punkte überhaupt fest karten die noch übrig sind das habe ich gerade gesagt ja malin ja gleichzeitig ich wollte noch mal falls nur noch ist nicht gehört hat noch mal erwähnen warum ist es sich eigentlich immer noch auf dem bauw 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 weil der befreien das gutes ich entwopple mich mal hier weiß ich werde das verstehst jetzt machen wir hallo 10 gib mir mal deine karten warum nicht eine schöne karten schön sind sie nicht besonders aber darf ich meine karten wieder haben ja nur zu was fandest du an den karten toll kein ahnung sehen hübsch aus gelb wer was bald ihr denn mit gelb frage ich mich auch gerade vor allen dingen hätte ich die farbe wechseln können wenn ich dazwischen gelegt worden wäre das bin ich jetzt gar nicht cool weil ich die meisten karten habe ich kann nichts dafür ich habe das ding gezogen es ist ja nicht so als hätte ich bewusst gesagt ja bei dem staussi den drücke ich jetzt meine bette plus wir rein so war das jetzt wird ab sowieso gemacht natürlich hätte ich das gemacht hat kein blau immer die leute immer die leute ohne blau lächerlich ne 6 noch ne 6 oh wei oh wei ne plus 2 was war das denn ich hoffe mal dass die nicht rum geht ne plus 4 naah scheiße sehr gut auf jeden fall muss ich jetzt bloß 4 ziehen ja nö nicht unbedingt ne hast du euch nur dank dir dachte ich doch ich habe aber ich habe nur gesagt dass man tun nicht ziehen ach wie wärs denn mal mit blau ja ah blau schöne farbe warum nicht gelb blau ist doch blau ist doch eine schöne farbe ach du scheiße guck mal darf es nochmal ach weißt was was schönes ja du hast das bier ich habe kein blöcke drauf du gib mir mal die karten nein wie unhöflich einmal rum einmal rum einmal rum einmal rum zum mitnehmen bitte wie auf mich wird das jetzt gemacht was habe ich dir getan lurer nora warum warum auf mich sehr schön ist doch gar nicht sehr schön sehr schön immer alles auf tun rot willst du wirklich rot haben ich weiß nicht ob rot eine gute farbe ist rot ist eine sehr gute farbe nein machen wir schon wieder so dass ich will karten ziehen ich habe den doch schon gemacht du wolltest ich habe den richtung 6 erfüllt wenn wir mal blau machen jetzt musste nur noch nicht ziehen kann ich mit leben wirklich wirklich das ist ja clever von dir richtungswechsel das finde ich jetzt aber auch nicht nice ich zieh mal ein bisschen mein deck sieht auch sehr lustig aus ich habe drei karten in drei verschiedenen farben wie was mit grünen wie rot kein mensch rot doch ich war tun du hast doch bestimmt was anderes du kommst du darauf dass ich was anderes hat was ist falsch mit dir musste sein wir haben uns doch alle lieben die habe ich auch die habe ich so ähnlich ich habe die umgedreht jetzt wieder bei rot ja rot ist danke nein doch kein mensch hat rot nein wer will denn grün ich habe eine grüne karte eine dann leg die mal mache ich alle zwei auch nö nein auch eine zwei aber mit dem fluss davor das ist aber nicht gut die musik von diesem uno erinnert mich aber auch irgendwie immer so an super mario odyssey so ein bisschen ich habe das spiel nie gespielt aber das ist sehr bedauerlich weil das ist eins der geilsten mario spiele aller zeiten das ist mit dieser mitte ja gas weg von grün warum das denn ich muss die ja warum die ja was denn ach nee wieso denn das jetzt so nehmen sie dir doch zurück wo ist das problem erst mal nicht ach ich darf auch mal wieder mitmachen ist aber nett doch noch mal das ist aber nett aber ich habe jetzt kein kein gelb kein nichts mehr ich wollte doch noch länger behalten keinen keinen ich bin gelb schmiri machen ich wusste es ich wusste ja mal käse auch der meinung seinen findes games er will den blau jeder mensch will blau manche wollen blau machen warum denn so was jetzt 50 50 50 ja ich hätte ihn ziehen müssen blau ernsthaft warum nimmst du blau finde ich nicht okay blau blau blüte entziehen oder so blau ist auch nicht okay super glaube ich nicht noch mal mir ist das egal warum gelb um gelb ich habe gefragt ob du noch mal wer hat gesagt ich muss ja ich dachte mit blau grün ist auch gut grün ist auch nicht so gut grün ist sehr gut finde ich jetzt nicht so ich habe angst die richtung drehen vielleicht auch für das die richtung drehen wir müssen erst mal auf acht der ding schon wieder ja aber wenn du gewinnst müssen wir auf gelb 50 50 50 50 du hast das nicht drehen wenn du hast doch die gelbe 0 ich muss erst mal eine blaue karte das war leider die erste karte die spiel die spaß mit dem blauen kram blaue acht blaue drei wie kann man so arschig sein wenn ich alles gut mache klausten sie dir zurück oder so nicht und eine grüne 2 kam dazu es wird hier wieder bild hin und her getauscht das finde ich jetzt nicht okay das ist echt ok so was ok so ok so ok so ok so andererseits ich hätte wahrscheinlich mehr ziehen müssen wenn das nicht passiert wäre also alles fein ich habe echt angst vor scoutchen lamalina mit ihren 3000 karten ich muss zwar wieder karten ziehen was hast du für ein mull auf der hand ja 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 mach mal ok danke bitte das noch mal ist ok mit dem dreck diese runde wieso muss ich denn schon wieder aussetzen ja warum denn nicht das ist ja auch das ist aber auch mit mir anscheinend will man diese karten nicht haben zu dem das wird so 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 so